Okay. Kommt. Ich zeige euch, wie. Ich zeige euch, wie. Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten besteht. So. Äh, ja. Äh, bewegen die sich? Ich wissen, zwei Zivilisten. Um das zu traurigen. Okay. Äh, okay. Genau. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn wohlt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Dann fragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay. Am kommenden Samstag findet eine... ...auf die nächste Circuit klittern. Und synchronisieren. Okay. Das ist halt unser erster Aussichtspunkt. Ach ja, genau. Es gäbe jetzt glaube ich eine neue Waffe im Laden, ne? Was ist das für ein Laden? Einfach mal reingehen. Okay. Geht nicht mehr in einer aktiven Mission. Müssen wir außerhalb einer Mission machen. Ah, okay. Das ist die nächste. Das ist die Kirche. Dann mal da hoch, ne? Also einfach hier hoch. Ich denke mal an den Fenstern. Dann kommen wir hier hoch. Denke ich mir. Ja. Habe ich richtig gedacht. Ja, kommen wir hier auch hoch. Scheiß, was auf Türen und Eingänge. Man kann auch von außen einfach hochklettern. Dann kann man auch von außen einfach hochklettern. Wir wohnen zum obersten Stockwerk. Scheiß, was drauf. Wer braucht Türen? Es ist da war eine Tür. Und was machen wir? Okay. Ich glaube, es geht aber nicht, dass die Tür hier nachher ganz oben draufkommt. Hochgelegene Aussichtspunkte helfen Ihnen die Karte aufzudecken. Und das sind eure Autos-Fenten. Drücken Sie eh. Um die Umgebung anzusehen. Okay. Okay. Mit ein bisschen Glück. Er ist einer von denen, wo Ben schon gelöst. Mhm. Ähm. Letters zu drücken. Wer ist der? Oh yeah. Warte, die Karte wurde jetzt aufgedeckt, ne? Okay. Jetzt gibt es ja überall Aussichtspunkte. Die werde ich nach der Mission mal ein bisschen, werde ich mal die hier ein bisschen erkunden. Ähm. Mehr Gespräche belauschen, um Scherz zu finden. Ich will belauschen erst mal die da hinten. Diese Gegend ist wirklich hart heruntergekommen. Was machen die beiden Frauen da, ey? Ist egal, ich, ich, es ist so gut, solange ich hier noch verdeckt bin. Nein, nein! Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Okay. Wo sind die Meister? Wo sind noch mehr? Waschen alles. Eine Patrouillierende Gruppe, eine, eine patrouillierende Gruppe, Gruppe Wachen belauschen. Ich weiß nicht, wo ich, oh, Entschuldigung. Ich weiß gleich, wo ich hin muss. Ah, da. Da sind noch mehr Leute, die man belauschen kann. Entschuldigung. Ist das eine patrouillierende Gruppe, Gruppe Wachen? Ja, das ist einfach. Wer lügt? Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund. Packt einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so bravelt. Und was für ein Schandstock? Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie weit Lieder über uns. Das letzte, was wir brauchen, sind... Wer alt ist denn der? Und wer ist denn unter Wacht? Das ist noch ne Wacht. Ich muss dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Hm. Er hat es nicht bemerkt. Ich hoffe, das Pfeifen hat es nicht in den Ohren weh getan. Ah, da hinten ist ein Aussichtspunkt. Gehen wir erstmal für den Aussichtspunkt, ne? Der Aussichtspunkt, wo ist denn der? Ich denke mal diese Kirche hier. Bevor ich die belausche, will ich jetzt die Kirche hoch. Ja, komm. Da hinten ist die patrouillierende Gruppe Wachen. Okay, okay, okay. Da unten, ich kann sie sehen. Und jetzt synchronisieren. Ein Freund von mir meint, es gibt keine Aussichtspunkte. Bis zu diesem Punkt. Also davon merke ich nichts, dass es keine Aussichtspunkte gibt. Hm, da. Ja, so. Ach ja, genau. Man muss ja noch leerteste drücken, dabei. So ist es nicht die patrouillierende. Entschuldigung. Und dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden wird. Guck mal, wie sie es an machen. Was glaubst du planen Sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Keine Fahrerheben. Bestimmt suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Wohnung. Ich habe gehört, seine Arbeit war schlicht ohne lautes Jammern und Kraschen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein Wunsch auf Fleisch kaufen. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden. Wie gesagt, aber... Wenn man sich das jetzt geschafft... Habe ich das jetzt geschafft? Ich weiß es ja nicht. Und einfach hier durch. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hin muss. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen einen Ruhigen schaffen. Ziehen Sie auf ein Versteck und drücken Sie Ehe. Ich habe mir Flitze gegeben, sich zu verstecken. Die aktuellsten Nachrichten im neuen Boston Weekly Advertiser. Wir sehen, was war. Schnell! Vielmehr. Okay, das ist glaube ich kein neutrales Gebiet mehr da. Warnung, Schwergebiet. Okay. Okay. Ähm. Wurmschwergebiet müssen wir überhaupt hin. Vorteil und südliche Artillerie. Aha. Guck mal, Schwergebiet raus. Dann wollen die auch nichts mehr von uns. Hoffe ich. Okay. Unentdeckt bleiben. Okay. 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 Ich glaube, das passt jetzt einigermaßen gut. Nicht zu schnell. Tür öffnen. Zu gesperrt. Hm. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Okay. Oh, Scheiße. Das wird sehr schwer. Äh. Okay. 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 Das könnte meine Chance sein. Vielen Dank.